So, kommen wir zu einer Wiederholung, die sehr häufig in der Abschlussprüfung drankommt, nämlich Parabelgleichungen aufstellen, und zwar wenn man zwei Punkte und eine Variable gegeben hat. Das steht auch immer so in der Abschlussprüfung dort, die Parabel verläuft durch die Punkte P und Q, sie hat die Gleichung der Form 0,5x² plus bx plus c, stelle die Gleichung der Parabel auf. Zuerst, wie lautet denn unsere Form der Parabel? Hier, wenn man keinen Scheitel gegeben hat, muss man immer die allgemeine Form nehmen, nämlich y ist gleich ax² plus bx plus c. Und was wissen wir jetzt? Jetzt, das a kennen wir, weil hier steht 0,5, das entspricht unserem a hier herunten, wir kennen das p und wir kennen den Punkt q. Und jetzt haben wir immer dasselbe Vorgehen. Das erste, wir setzen einen Punkt, in dem Fall den p, und natürlich den a hier in unsere Parabelgleichung ein. Dann steht dort y3 ist gleich 0,5 mal, hier habe ich das x, x, also 2 zum Quadrat, plus 2 mal b, plus c. Und wir lösen jetzt nach einer der beiden Variablen auf, normal löst man nach c auf, weil es die einfachere Variante ist. Das heißt, diesen Term erstmal vollständig vereinfachen, 0,5 mal 2 hoch 2, 2 hoch 2 ist 4, mal 0,5 ist 2. Und jetzt einfach alles auf diese Seite bringen, minus 2, minus 2b, und dann steht eben dort, 1 minus 2b ist gleich c. So, damit habe ich den ersten Schritt abgeschlossen. Jetzt mache ich nochmal genau das Gleiche mit dem Punkt q. Ich setze also wieder hier meine Variable ein und den Punkt q in meine allgemeine Form ein. Also 9 ist gleich 0,5 mal 5 hoch 2 plus 5b plus c. Und ich fasse einfach hier nur noch zusammen, 5 hoch 2 ist 25 mal 0,5 ist 12,5. Und ich bringe die 12,5 noch auf die andere Seite mit minus 12,5. Und dann steht dort, minus 3,5 ist gleich 5b plus c. Das ist meine zweite Gleichung. Jetzt habe ich zwei Gleichungen mit zwei Variablen. Ich setze also jetzt die erste Gleichung in die zweite ein und kann die dann auflösen. Ich nehme also diese Gleichung hier und setze hier und statt c ein, weil das wäre ja unser c. Hier setze ich unten statt c ein. Also 1 in 2. Dann habe ich minus 3,5 ist gleich 5b plus Klammer. Muss man jetzt nicht, weil hier ein Plus davor steht. Auf auch würde ein Minus davor stehen, ändern sich ja die Vorzeichen darin. Deswegen setzen wir hier die Klammer 1 minus 2b. Hier könnte man die Klammer eben auch weglassen. Dann auflösen. Minus 2,5b minus 2b wäre dann 3b. Und plus 1 minus 1 wäre dann minus 4,5 geteilt durch 3 wäre dann minus 1,5 ist gleich b. Und jetzt haben wir unser b schon herausgefunden und jetzt kommt noch der letzte Schritt. Ich setze einfach dieses b in diese Gleichung hier rüben ein und erhalte dadurch mein c. Also ich brauche nur hier in b einsetzen. Also 1 minus 2 mal minus 1,5 ist gleich c und dann bekomme ich für c4 heraus. Und jetzt habe ich mein a, mein b und mein c und kann die Gleichung angeben mit 0,5x² minus 1,5x plus 4. So machen wir noch ein zweites Beispiel. Hier habe ich wieder die beiden Punkte p und q gegeben und die Gleichung in der Form ax² plus 2x plus c. Ich habe also hier jetzt nicht die Variable a gegeben, sondern die Variable b. Das ändert aber an unserem Vorgehen gar nichts. Ich setze wieder den Punkt p und die Variable b in dem Fall ein. Also 1 ist gleich a mal 4 hoch 2 plus 2 mal 4 plus c. Das wieder vollständig zusammenfassen und nach der Variable c auflösen. Also 1 ist gleich 4 hoch 2 ist 16, 2 mal 4 ist 8. Minus 16a minus 8, also minus 7, minus 16a ist gleich c. Nächster Schritt, q einsetzen. Und b minus 8 ist gleich a mal minus 2 zum Quadrat. Hier bitte aufpassen. Minus heißt, ich muss das Minus auch mit quadrieren. Hier muss unbedingt die Klammer gesetzt werden. Das wird nämlich zum Schluss dann positiv. Plus 2 mal minus 2 plus c. Hier wieder einfach zusammenfassen. Minus 2 hoch 2 ist gleich 4. Und 2 mal minus 2 ist gleich minus 4. Und jetzt noch plus 4, dann bin ich bei minus 4 ist gleich 4a plus c. Dann setze ich wieder die erste und die zweite Gleichung ein. Ich nehme also diesen Term und setze ihn hier unten ein. Dann bin ich bei minus 4 ist gleich 4a plus minus 7 minus 16a. Auch hier könnte ich wieder die Klammer weglassen. Zusammenfassen, plus 7 und minus 16a plus 4a sind minus 12a. Geteilt durch minus 12, dann bin ich bei minus 0,25a. Hier bitte auch aufpassen, nicht plus 12 rechnen. Hier dazwischen steht ein mal, also geteilt durch minus 12. Und den minus 0,25a setze ich eben wieder hier herüben ein, berechne und dann bekomme ich für 10 minus 3 heraus. Und schon kann ich wieder meine Gleichung angeben. 0,25x² plus 2x minus 3. 3. 4. 6. Vielen Dank.